Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der studentischen Medientage, Sie haben sich richtig entschieden für dieses Forum. Mediale Inszenierung, das ist immer aktuell und ich finde, diesem Thema in der Tiefe nachzugehen, ist spannend und kann auch Lust und Freude machen, um entweder in dem eigenen beruflichen Umfeld oder auch in dem, was man wissenschaftlich bearbeitet, mehr den Dingen auf den Grund gehen zu können. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie diskutieren. Sie haben viele, viele hervorragende Referentinnen und Referenten eingeladen nach Chemnitz in einem Jahr, das wir als Jahr der Wissenschaft feiern, weil unsere Universität 175 Jahre alt wird. Das heißt, ein bisschen Inszenierung gönnen wir uns auch. Ansonsten ist Chemnitz dafür eher nicht bekannt. Aber wir freuen uns, dass die wirklich wichtigen und interessanten Themen auch bei uns hier verhandelt werden. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg.